liebe sanowiva freunde und partner kunden oder empfehlungsgeber ich möchte euch heute kurz zum thema vergütung ein paar informationen weitergeben ihr findet ihn findet die provisions übersicht wenn ihr eingeloggt zeit und dann hier auf informationen geht dann geht ihr hier unten auf den vergütungsplan der öffnet sich dann im download ein pdf das sieht wie folgt aus wir haben fünf ebenen in der tiefe und wir bekommen auf allen ebenen fünf prozent das ist jetzt eher in vergütungssystemen ungewöhnlich aber es hat auch durchaus seinen reiz von daher muss man einfach schauen auf welchen auf welche strategie fokussiert man sich entsprechend der der vergütungsstruktur in der ersten ebene also direkte partner von mir selbst kann ich natürlich so viele wie ich möchte parallel aufbauen fünf zehn zwanzig oder 30 40 50 da gibt es keine limitierung nach unten bekommen wir in fünf ebenen eine provision und in vielen vergütungssystemen ist es so dass man hier eine höhere provision bekommen zum beispiel 15 oder 20 prozent auf direkte partner und dann vielleicht hier nochmal fünf prozent drei prozent zwei und ein prozent ihr könnt gerne mal da ein bisschen hin und her rechnen ich kann euch auch meine ex list zur verfügung stellen weil ich jetzt das einfach mal so durchgespielt habe wer die möchte schickt mir kurz eine nachricht dann schicke ich die euch rüber und oder ich mache sie direkt in eine dropbox und setze den link unter das video ich gehe jetzt mal davon aus dass ein kauf mit 100 euro stattfindet das jetzt einmalig ist oder monatlich oder viertel oder halbjährlich spielt jetzt im moment keine rolle wichtig ist einfach dass man sieht was für eine dynamik entsteht wenn wir in die duplikation gehen ich habe jetzt hier von diesem beispiel vom vergütungsplan von der übersicht die gleiche struktur ich habe fünf direkte empfehlungsgeber das sind quasi meine kunden und aktive empfehlungsgeber die empfehlen jetzt in diesem beispiel jeweils nur eine person also jeder hat eine person das heißt es findet kein wachstum statt es findet schon wachstum statt aber nur linear und da findet natürlich dann keine dynamik statt so wenn ich jetzt fünf partner habe die jeweils 400 euro bestellen die haben wiederum partner dann sind es 25 partner und dann habe ich aus diesem gesamtvolumen 125 euro provision wenn wir jetzt mal weitergehen und gehen davon aus dass meine fünf partner jeweils zwei partner bringen und sich das dann auch so fortsetzt dann haben wir hier eine verdopplung und hier haben wir wieder eine verdopplung hier wieder und hier auch in diesem fall hätte ich aus dem einmaligen verkaufszyklus sage ich jetzt mal hätte ich 775 euro wenn ich jetzt natürlich das ganze ein bisschen dynamischer angehe und sage jeder jeder partner hat fünf weitere partner und das ist auch das ziel dass wir mittelfristig das erreichen dass wir eine duplikation mit dem faktor fünf erreichen das heißt ich habe vielleicht 10 20 kunden oder empfehlungsgeber und fünf sind tatsächlich diejenigen die auch aktiv weiter empfehlen die sich dafür entscheiden ein geschäft aufzubauen und diese fünf duplizieren dann jeweils wiederum mit dem faktor fünf dann sieht man natürlich hier unten da spielt dann die musik und dann habe ich quasi jetzt von einem zyklus mit 100 euro bestellvolumen habe ich 19.500 euro provision jetzt nicht gleich negativ kommentieren sondern das einfach mal so zur kenntnis nehmen die frage ist einfach für dich oder für mich als affiliate partner als aktiver empfehlungsgeber von sanoviva was haben wir für eine strategie was haben für wir für eine zielsetzung und meine persönliche zielsetzung ist dass ich bis ende des jahres 20 aktive partner habe im moment habe ich glaube ich 45 partner die aktiv sind 20 partner die jeweils drei bis fünf partner auch haben die aktiv das ganze weiter empfehlen möchten und das ist für mich dann eigentlich die grundlage dass ich mich auf meinen direkten partner fokussiere und auf die partner die direkt unter mir sind in der struktur und dass ich die unterstütze dass sie die ersten schritte zum erfolg erfolgreich erreichen und für mich ist es einfach wichtig dass ich rückmeldung bekomme wenn du das geschäft aktiv betreiben möchtest wenn du sagst ich jetzt mal sechs acht wochen mit fokus daran und gehe mal meine ganzen kontakte durch empfehle ihnen verschiedene produkte basis produkt jetzt zum beispiel zum entgiften sind diese urmineralien das zeolit dann was im moment natürlich hochinteressant ist ist das produkt artemik es ist ein hoch hoch wirksames pflanzliches produkt mit weihrauch kurkumin artemisia und vitamin c was man eigentlich im schrank haben sollte gegen covid und die studien die damit gemacht wurden sind also absolut überzeugend wenn man symptome hat dass man dann einfach das produkt nimmt zwei tage lang und dann eigentlich die infektion soweit im griff hat wenn es da konkrete fälle gibt ich habe das jetzt schon leuten in meinem netzwerk empfohlen die covid hatten und habe da eigentlich jetzt positive feedbacks bekommen dazu aus erster hand so in diesem sinne hoffe ich dass es ein bisschen motivation war ein bisschen mal konkret und greifbar was dieses erfüllende system kann oder was es für eine dynamik hat und vielleicht triffst du ja für dich dann die entscheidung dieses geschäft aktiv zu betreiben und vor allem auch anderen menschen die möglichkeit zu geben gerade in der heutigen zeit von zu hause aus und flexibel sich ein geschäft aufzubauen und ich denke wir haben da eine super firma mit an der hand ein super partner und können da wirklich was bewegen zusammen ich freue mich auf deine rückmeldung und hoffe dass dir das video geholfen hat und dich motiviert hat und vielleicht dir auch hilft da jetzt konkret für dich eine entscheidung zu treffen und dir auch ziele zu setzen was du mit sanoviva als partner oder als partnerin erreichen möchtest in diesem sinne alles gute und gute geschäfte ja 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 Vielen Dank.